Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Star Stable Online. So, dann will ich mal... ...ein Pferd fliegen. Das hab ich jetzt irgendwie... ...schon ein paar Tage nicht gemacht. Weil irgendwie war ich jetzt schon zwei Tage gar nicht... ...online. Star Stable. Auf jeden Fall haben sie alle auf einmal wieder Ausrufezeichen über dem Kopf hier. So, dann wollen wir mal... So, hab ich überhaupt noch Futter für dich da? Ach, nee. Symptome. Natürlich ein bisschen doof, ne? Sollte ich schon... haben. Guten Tag, Herr Moorland. Gut. So, dann wollen wir mal shoppen gehen. So. 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 Aber nicht mehr heute, also... Ja, ich weiß, ich bin auch noch clublos, aber ich kann mich nicht entscheiden. Man könnte ja irgendwie öfter mal Club anfragen, das ist ja normal so. Aber ich bin ja mehr so der Einzelkämpfer hier, wollte ich gerade sagen. So, jetzt muss ich aber auch noch mal ein bisschen... Da hinten blieb auch was. Ich will jetzt noch mal hier diese einfache Strecke. Du bist also hier, um es noch mal zu versuchen, dann mal los. Ja. Will ich. Kann mir ja nicht schaden. Oh, nun lauf doch mal, Pferd. Meine Güte. Ich mein, das hat natürlich auch ein bisschen Nachteile, wenn man abends spät spielt. Das ist ja echt... ...duster. Am Tag sieht man es doch etwas besser. Das dauert auf jeden Fall noch eine ganze Weile, bis ich mein Viertmal so schnell hab, bis ich hier irgendwie annähernd an die anderen rankomme. So, dann reite ich die andere Strecke auch nochmal, würde ich sagen. Ja, wenn ich... ...wenn ich mich blöd anstelle, aber ich will mein Pferd für hier wohnen. Und das geht ja nun mal nicht anders. So, sieh zu, Pferdchen. Guck's dir an, die anderen, die düsen uns so davon. Aber wir reiten auch eine Abkürzung. Hätten wir vielleicht auch mal machen sollen. Dass man nicht gegen die Steine auch fährt. Oh, jetzt häng ich in der Grafik fest. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man hier festhängt. Ich-Jaziden. Und für noch mehr. Ich-Jaziden. Eine, die wir spielen. Ich-Jaziden. ...inскойsemble. Ich-Jaziden. 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 Ich frage mich ja immer, wie die anderen das machen. Die scheinen schon fast zu pflegen, also einige sind echt sehr schnell. Ah, ich krieg die Kurve nicht gepürzt, Typ. Mal wieder. Das ist eine Kurve, die hasse ich ja, wie die passt. Oh ja, genau, schön aus mit dem Zaun. Wie blöd sind wir denn wieder schön. Hallo. Eieieieiei, das war ja wieder ein Rett. Unglaublich. So, was möchte die denn von uns? Gut gemacht Stacy. Ah ja stimmt, da muss ich natürlich nochmal zu Loret. Gute Arbeit. Gut. Ja, danke. Dann wollen wir nochmal kurz die Stelle ausmisten, Pferde füttern. So. So. So, dann wollen wir mal, ja ich nehme die Freundschaft, dann fahren wir mal an. So. So. Dann holen wir uns noch den Bein hier. Und dann machen wir mal alles schön sauber hier. Ja. Es gibt Kohle, zum einen und, achso, da ist auch noch was. Und zum anderen, das ist glaube ich auch ein guter Buch. So, dann wollen wir hier mal was rein tun. So, das haben wir schon mal fertig. Achso, dann können wir hier gleich Wasser rein kippen. Dann geht's auch Azi-Fazi. Und dann sind wir auch gleich durch. Mach mal schnell Wasser hier. Dann nur noch Futter und dann war's das. So, das haben wir erledigt. Danke. Das haben wir auch erledigt. Und das haben wir erledigt. Was will die noch von uns? Ein neues Pferd für Magia. Okay, das machen wir aber nicht heute. Ich will aber jetzt mal in meinen Stall. Ähm, stimmt. Ich muss mein Pferd natürlich mal wieder mitnehmen. So, du betrittst deinen Stall. Ähm, ja. Ah, da ist der Gute, ja. So, dann kommst du mal da rein. Ja, und wir steigen jetzt ab. Wir steigen jetzt ab. Obwohl, ähm, wir lassen dich jetzt da drin und schauen uns dann einfach nochmal unseren Lucky Doing an. So, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ich hab' ja auch noch gar nicht auf ihm geritten. Hup. Das ist aber noch ein bisschen widerständig. Hallo, ich bin hier raus. Ähm, ne, ich glaub das war die falsche Richtung. Doch, hinten müssen wir raus. So, Lucky Dream. Dann wollen wir mal sehen, wieso deine Gänge sind, ne? Hup. Das ist ja gar keine Tür, das ist ja ein Schrank. Die sind ja echt doof, ne? Na klar, dann müssen wir ja hier raus. So, dann will ich mir mal deine Gänge angucken draußen. Wo wir mehr Platz haben. Wo wir mehr Platz haben. Ich will ihn von der Seite sehen, das ist gar nicht so einfach. Wo ist das? Na komm, geh weiter. Hat dir keiner gesagt, dass du nicht stehen bleiben sollst? Einfach mal ohne, ohne, dass ich hier den Auftrag hab, einfach mal hochgaloppieren. Ah, irgendwie haut das mit der Steuerung schon. Ich weiß nicht, wie man das macht, dass man das wirklich die ganze Zeit von der Seite sehen kann. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Oh, der im Kleb hier nicht festfährt. Mann, der ist aber auch empfindlich. Mann. Nur weil man hier mal runterreitet, bleibt er gleich stehen. Mann, fahren hinten, sieht's irgendwie schon komisch aus, wenn er galoppiert. Mann, das ist schon eigenartig. Ich hab' ihm nicht gesagt, dass er hier auf einmal eine Vollbremsung machen soll. Das macht er aber einfach. Nur weil da einer mit dem Ausrufezeichen steht. Schon etwas eigenartig. Ich weiß nicht, ob das so gehört hat, aber... Muss ja wohl. Ich glaub' ich steck' dich wieder in deine alte Box. Genau, das muss jetzt wieder rein. Und vielleicht schaffen wir das ja mal, dich morgen zu leveln. Oh ja. Oh, das ist echt... Kann sein, dass das ein bisschen verpackt ist. Oh, ich mach' hier gar nichts und das Spiel spinnt hier rum. Ich will hier mal absteigen. Hallo? Hallo? Wieso geht diese Dube zu jetzt nicht zu? Es ist wirklich etwas buggy, ne? Kann das sein? Ich krieg die Tür nicht zu. Ja, das ist toll. Naja, wie auch immer. Ich wollte jetzt sowieso Schluss machen. Ich krieg die Tür immer nicht zu. Egal. Das wird schon nicht weglaufen. So, hiermit verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.